BASKETBALL Ich möchte BASKETBALL spielen. Was ist das? BASKETBALL? Ja, ich weiß nicht was das ist. Gut, der BASKETBALL ist ein großer Sport. Es ist ein Sport. Es spielt mit zwei Teams. Auf fünf, manchmal, manchmal. Ab dem geht wieder. Es ist ein Spiel bei Spielfiltern. Es spielt mit zwölf Minuten jeder. Nach der zweiten Spielfiltern gibt es eine fünften Minuten Pause. Ich habe ein Bedenken. Ist Stephen Curry ein BASKETBALL-Spieler? Ja, und drei wichtigsten BASKETBALL-Spieler der Welt sind Shaquille O'Neill, LeBron James und Michael Jordan. Und Shaquille O'Neill, was haben wir gemacht? Er hat drei in der Meisterschaft gewonnen. Michael Jordan ist die größte Legende im BASKETBALL. Oh, das ist sehr interessant. Und können Sie die Regeln? Ja, natürlich. Ja, Nummer eins. Das Spiel muss vier perioden von zehn Minuten halt. Eine andere Regel ist, dass die Mannschaft muss maximal fünf Spiele auf dem Platz haben. Der Spieler kann nicht fest, wenn er weiter abkommt. Der Spieler kann nicht fest, wenn er weiter abkommt. Mit den Händen trupfen. Der Spieler muss maximal 25 Sekunden der Wohlfahrt. Das Spiel muss maximal 5 Sekunden des Spiele吃. Unser Stil ist ein neues Spiele zation. Die Möbel ist Minha. Die Möbel ist ein neues Spiele im Prix. Die Möbel ist ein neues Spiele im Kran. Und in diesem Jahr im Märzfeld. Und in dieser Zeit im Kran zu installieren, Die Möbel ist ein besonderes Spiele. Ich denke, es ist klar. Und die Regeln sind gleich in der ganzen Welt. Natürlich. Dieser Sport hat der Verein. Er heißt Federación Internacional de Basque. Dieser Verein organiziert die Polizisten Spiele. Und ist das eine Relierte Spiele in Mexiko? Ja, Mexiko spiele in die Chobos Panamericanos und die Centro-Basque. Die Chobos Panamericanos sind in Amerika gespielt. Und in die Centro-Basque spielen Mexiko. Und Sie sind gute Spielerinnen. Danke. Basketball ist mein Lieblingsspiel. Mein auch. Ich denke jetzt, ich will lernen, der Basketball spielen. Ich möchte eine Basketballspielerin werden. Der Basketball ist sehr begnügend, interessant und berühmt. Ich liebe dich. Ich habe seit der Kinderheit der Basketball geöffnet. Wir können diesen Sport üben. Ich kann am Montag und am Mittwoch spielen helfen. Und am Wochenende können wir MBA Fernsehen. Koleisen pouquinho werden. Koleisen. 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 Vielen Dank.